Da sind wir auch schon bei Folge 12 von Let's Play The Moment of Silence. In der letzten Folge haben wir unseren Messenger wieder geholt, da ist er. Wir haben mit Cypher gesprochen, der uns eventuell bei der Analyse dieses Fotos hilft, von dem jeder, der ein bisschen, naja, sagen wir mal so, ein bisschen technisch versiert ist, weiß, was das Foto darstellt oder abbildet. Ja, wie gesagt, und damit er das analysiert, hat er uns hier diese CD gegeben, die wir auf die Telescreens einspielen sollten. Allerdings haben wir gesagt, nee, weißt du, wenn, spielen wir es maximal auf dem Telescreen ein. Aber gut, sprechen wir doch mal mit Rita. Hast du Zeit? Na klar, ich hab ja immer noch Hoffnung. Hör mal, ich hab da drin mit Lou gesprochen. Ja? Ja, so ein Junge mit Redlocks. Och, ach du lieber Himmel, er hat doch nicht etwa Dinge über mich erzählt? Doch, ein bisschen schon. Du bist ja eine ganz schön durchtriebene Person, kann das sein? Ach, oh, es ist... Na, was soll's. Ja, ich habe eine ziemlich spezielle Geschäftsmethode, okay. Aber niemand ist hier ernsthaft zu Schaden gekommen dadurch. Ich nehme nur das Geld und auch nur so viel, wie ich brauche. Das ist aber Raub, meine Liebe. Ach, was soll das denn? Immerhin stecke ich niemanden mit dem Tetravirus an und ich stecke mich selbst auch nicht an. Ich leiste hier sozusagen einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge. Ein Tetra-Infizierter kostet den Staat das Zehnfache. Das ist sicher eine interessante Betrachtungsweise, aber illegal bleibt es trotzdem. Wolltest du mich auch mit dieser Masche aufs Kreuz legen? Ich... Na ja, bei dir ist das natürlich ganz was anderes. Okay, okay, lass es lieber. Du bist nicht sauer, oder? Nein. Und du rufst nicht die Cops? Nein, nein. Danke, Süßer. Du hast was gut bei mir. Wirklich. Mhm. Weißt du, ich glaube fast, du hast dem Jungen ein bisschen wehgetan. Lou? Wieso? Hat er geweint? Nein, hat er nicht. Aber er war spürbar aufgeregt, als wir über dich gesprochen haben. Er mag dich, glaube ich. Er mag mich. Das ist ja rührend. Hör mal, Süßer. Meinst du, ich habe Zeit für solche Gefühlsduseleien? Hat er das gesagt, dass er mich mag? Nein, nicht direkt. Na dann, er soll sich nicht so anstellen und weiter mit seinen Computern spielen. In meinem Leben ist kein Platz für sowas. Oh. Das ist aber gemein. Schauen wir rein. Noch was? Darf ich dich noch was fragen? Klar noch, Hübscher. Wieso ist ein hübsches Mädchen wie du hier auf der Straße? Was ist passiert, dass du dir dieses Leben ausgesucht hast? Ausgesucht. Wer sucht sich sowas schon aus? Schau dich mal um, mein Süßer. Das hier ist die Lower East Side. Meine Nachbarschaft? Siehst du hier irgendwo einen Job? Ein Haus? Eine Perspektive? Siehst du hier irgendetwas außer... Müll? Hm. Du könntest weggehen. Etwas anderes machen. Dein Leben nochmal neu in die Hand nehmen. Sicher. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute. Im Ernst? Warum machst du das nicht? Du stellst dir das hier alles ein bisschen einfach vor. Ich kann hier nicht weg. Ich habe meine Familie hier im Viertel. Und die braucht jeden Cent von mir. Außerdem, wo soll ich schon hin? Ich habe nichts gelernt. Und woanders bin ich allein. Vielleicht lernst du jemanden kennen. Ach, ich sehe doch, was für Typen hierher kommen aus den besseren Vierteln. Da soll ich auch noch freiwillig hingehen? Ja. Ich an deiner Stelle würde es tun. Okay. Dann nimm mich mit. Nimmst du mich mit? Dich mitnehmen? Ja. Ja, mich mitnehmen. Nimm mich mit. Weg aus dieser Müllkippe. Wir gehen essen und lernen uns kennen und vielleicht wird ja was draus. Ich... Komm schon, trau dich was. Wir reden später drüber, ja? Ja los, gib dir einen Ruck. Oder hast du eine Frau, die auf dich wartet? So siehst du mir nicht aus. Nein. Hör zu, wir reden später drüber. Gib mir für alle Fälle mal deine Nummer, okay? Du meinst, vielleicht kommen wir doch noch? Ins Geschäft? Ich weiß nicht, aber wir können in Verbindung bleiben. Mehr verspreche ich dir nicht, okay? Okay, hier ist sie. Ruf mich an, was immer anliegt. Alles klar. Das ist schon mal nicht verkehrt. Zack. Ich muss los. Wir sehen uns, okay? Okay. Ah ja. Gut. Dann schauen wir mal, was hier noch so war. Genau. Ich glaube, wir begeben uns jetzt zurück zum Büro. Magnet. Magnet, Magnet, Magnet. Ne. Keine Ahnung. Tapp, tapp. Yay. Wir können das Satka wieder benutzen. So, wo müssten wir denn? Lower East Side sind wir? Downtown Manhattan sind Vietler, glaube ich. Vielleicht aber auch nicht. Nope. War falsch. Brooklyn ist... Brooklyn ist unser Zuhause. Also, das heißt, wir müssen eigentlich nach Downtown Manhattan, wenn ich das richtig habe. Zack. Downtown Manhattan. Ja. So. Rinn ins Büro. Zack, zack. Ja, ja, hier. Ja, komm schon. Schneller. Ah, na gut, hier. Ich halte das übrigens für einen ziemlichen dämlichen Sicherheitsmechanismus, wenn ich dort einfach nur das Gerät, was mir vorhin schon einer geklaut hat, dran halten muss. Aber gut. Na, komm schon. Zack, und nach oben. Wo ist denn Bill, mein Freund? Bill, billy, billy, billy. Where are you, Bill? Ah, da. Ja, 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 Bill. Hi. Ich hab dein Essen, Bill. Prima. Kannst du mir das bitte warm machen? Ja, ich kann's versuchen. Kannst du das mir bitte warm machen? Könntest du das nicht selber machen, Bill? Nein. Na gut. Ohne Strom wird das nicht funktionieren. Okay. Geht nicht. Strom geht nicht. Okay. Zack, 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 zack. Aber ich hab doch den Stromstecker. Der Stecker ist draußen. Der Stecker ist draußen. Der Stecker ist draußen. Ja. Muss ich den reparieren, oder was? Schwierig, 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 schwierig. Nix. Muss ich den vielleicht. Da geht's zum Netzwerkraum. Ja. Bill ist großes Spielzimmer. Keiner außer ihm darf da rein. Und keiner weiß, was genau er darin so treibt. Okay. Was ist das da? Auch nichts. Schade. Ich hätte gedacht, das ist irgendwie so ein Sicherungskasten oder irgendwas. Ach, Mann. Fragen wir mal Bill, was da kaputt ist. Bill. Sprich mit mir, Bill. Bill, ausnahmsweise mal nicht beim Essen. Mal, Bill, wie sieht's aus? Alles klar soweit. Bist du schon wieder da? Ich dachte, du hast dir freigenommen. Ja. Ich hab noch was zu erledigen. Können wir kurz ein paar Jobsachen abklären? Sicher. Legen wir los. Bill, ich müsste mal kurz an den Upload-Computer. Sorry, aber ich sitze hier gerade an einer schwierigen Sache. Ich muss das erst fertig machen. Es dauert nur ein paar Minuten, Bill. Wirklich. Ein paar Minuten, das kenne ich. Ich muss hier meine Sachen machen, Peter. Mach das doch bitte, wenn ich Pause habe und was esse. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe nämlich vor, noch 15 Pfund abzunehmen. Na komm schon, Bill. Es ist dringend. Worum geht's denn überhaupt? Ich, ähm... Ich muss mich mit dem System vertraut machen. Klar, das musst du. Aber das kannst du ja auch noch machen, wenn ich hier fertig bin. Ja. Sonst geh doch an das Ding, wenn ich Pause mache, okay? Ja, gut. Ich hab noch eine andere Frage. Schieß los. Okay, ich muss dann. Klaro. Also dann. Warum geht denn das nicht? Schauen wir mal. Aussicht. Ja, ist auch nicht schlecht. Magnet-Tafel. Okay. On. Off. Ne. No. Ah, okay. Einen Moment. Okay. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. So. Schauen wir mal, was könnte denn das noch sein? Brine. Brine. Lightlife Diet Koffein-Free Crystal Cola. Mit anderen Worten, Mineralwasser mit Süßstoff. Okay. Chips. Lightlife Ultra Fat Reduced Chips Extra Light. So stellt sich Bill eine Diät vor. mehr ist ja ja nicht unbedingt die gesündeste diät wir können schon mal denken gut schauen wir mal weiter wo ist der trick wo ist der trick der stecker ist draußen der stecker steckt ja aber es hilft mir nix scheint nicht zu funktionieren dann ich müsste erstmal was haben dass ich aufwärmen will ja habe ich doch hallo ohne strom wird das nicht funktionieren aber strom haben wir doch schon ein bisschen ein bisschen rätsel irgendwie so das gefühl das ist ein bug schau mal noch mal irgendwelches zeug hier soll ich bestimmt später das essen hinstellen das ist der draht den ich von dem eigenartigen totem des gurus abgenommen habe ich müsste erst mal was habe ich irgendwas ne wofür brauche ich die magneten wohl microl ok tisch ne 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 tisch tisch keine ahnung Ja, und wenn ich jetzt hier... Ja, genau, ohne Strom wird das nicht funktionieren. Wenn ich aber den Strom anschalte, müsste es doch funktionieren. Keine Ahnung. Komisch. Was? Ist hier irgendein Schrank, irgendwas Sicherungskastenmäßiges? No. Hinten irgendwas? Auch nicht. Ich bin leicht... Eigentlich bin ich nicht leicht verwirrt, sondern ich bin sogar sehr stark verwirrt. Das ist doch nicht zu fassen. Warte, habe ich da gerade noch was gesehen? Hier unten? Ne. Super interessant. Zweimal dieselbe Obstschale, wenn ich das richtig sehe. Ja. Kaputt. Kann doch nicht sein. Kann ich da rein? Auch nicht. Habe ich... Habe ich vielleicht hier den Begrüßungscounter? Ist ja gut. Ähm, ähm, ähm... Ach, Sicherungskasten, sag ich doch. Ach, Sicherungskasten, sag ich doch. Ah, da leuchtet sie auch. So, wie viel... Ein Lightlife-Mikrowellengericht mit 0%, was auch immer. Ich nehme Bill ja nicht so richtig ab, dass er das Zeug wirklich mag. Ich dachte... Okay. Es kann gleich losgehen, Bill. Ja, wie lange muss das denn da rein? Zwei Minuten? Da ist Bills Essen drin. Er wird sich freuen. Eine nagelneue Mikrowelle. Hm, nicht übel. Ach so. Keine Ahnung, ob zwei Minuten jetzt richtig war. Komisch. Mal, Bill, wie sieht's aus? Alles klar soweit. Bist du schon wieder da? Ich dachte, du hast dir freigenommen. Ja, ich hab noch was zu erledigen. Dein Essen ist fertig, Bill. Ah, klasse. Ich kann jetzt auch ne Pause gebrauchen. Dann guten Appetit. Wie hast du's hingekriegt? Ich meine, mit der defekten Mikrowelle. Ich hab die Sicherung wieder eingeschaltet, Bill. Ihr hättet vielleicht, anstatt ne neue Mikrowelle zu kaufen, einfach mal im Kasten nachsehen sollen. Oh, na sowas. Und ich hatte schon vorgehabt, die Kabelschächte im Netzwerkraum aufständen zu lassen. Du denkst einfach zu kompliziert? Naja, so sind wir Genies. Okay, was ist mit dir? Isst du nicht mit? Nein, nein, ich hab keinen Hunger im Moment. Und ich wollte ja noch kurz an den neuen Upload-Computer. Sehen, wie das alles funktioniert. Wär's nicht besser, wenn ich dich einweisen würde? Nein, 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 nein. Ich komm schon zurecht. Isst du nur. Na gut. Also dann bis gleich. Bis gleich, Bill. Na bitte. Okay. Ach, dann schaffen wir in der Folge doch noch was. Ich würde sagen, ich hänge jetzt hier auch noch das mit dem Upload dran. Na komm. Och, Bill. Jetzt schleiche ich nicht so rum. Für Bill ist vorerst gesorgt. Na gut, dann so. Da kommt die Disc hinein. Deactivated Display. Okay. Ganz wohl ist mir dabei nicht. Ich kann nur hoffen, dass niemand diesen Upload meldet. Gut, dass ich mir die nicht merken musste. Oh, oh. Das wäre echt eine Katastrophe geworden. Okay, das wär's. Jetzt ist Cypher dran. Jups. Okay. Sprechen wir mit Bill nochmal? No. Sprechen wir nicht mit Bill. Wir hauen ab. Guck mal das. Ein Roboter. Und noch ein Roboter. Schau mal. Schau mal. ins Satkar. Begeben wir uns zum Satkar. Zack, zack, zack. Mhm. Und jetzt nach Loa East Zeit. Exakt. Und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und ja, sag erst mal, bis dann. Und wir ja, sag erst mal die artisten, dass es in der